Die Limo war klasse. Nur schade, dass du mich nicht selber abgeholt hast. Krieg ich keine Umarmung? Na komm. Wie war der Flug? Lang. Ist ja unglaublich. Wirklich unglaublich. Dir geht's gut hier in L.A., Alex. Schade, dass Opa nicht mitkommen konnte. Was ist los? Ach. Es. Du hättest mir Kim nicht verschweigen dürfen, Mom. Ihr seid euch begegnet? Ich bin ihr begegnet. Du musst, du musst verstehen, wie hart es für mich war, als dein Dad mich verließ. Ich meine, er wollte lieber Kim als uns. Was hätte ich denn tun sollen? Sie ist meine Schwester. Deine Halbschwester. Ich wollte dich beschützen, Alex. Ich hatte doch nur dich. Lass uns was unternehmen. Wir könnten in ein Restaurant gehen. Was Gutes. Klingt gut. ein. ci, cxo, cc-co, cei, cx. Dingerie.